Vor vielen Äonen ließ sich ein Drache auf einer Halblinie nieder. Dieser wurde kurze Zeit später von einer Magierin angegriffen, die er in einem finalen Kampf unter die Insel im Wurzelwerk der mächtigen Bäume bannen konnte. Jetzt, viele Jahre später, gelang es der Hexe, eine Astralprojektion ihrer selbst als Fee Maeve an die Oberfläche zu bringen. Diese trachtet nun danach, die Bäume zu verfluchen, um selbst wieder an die Oberfläche kommen zu können. Ihr gegenüber stehen die Droiden, die die Bäume segnen wollen, um den Drachen zu ehren und das Ausbrechen der mächtigen Hexe zu verhindern. Als weitere Fraktion gibt es die Kelten. Sie versuchen einfach nur durch den Winter zu kommen, um die Bäume zu fällen. Genauso die Wikinger, die an dieser Insel gestrandet sind und mit dem Holz der mächtigen Drachenbäume in ihre Heimat zurückkehren wollen, indem sie sich daraus Boote bauen. Vier asymmetrische Fraktionen und ein mächtiger Drache in ihrer Mitte. Willkommen in Dragondale. So, ja, sind wir durch mit der ersten Runde. Ich glaube, so langsam verstehe ich, wie es funktioniert. Wie fandest du es? Ich fand es richtig kacke. Tja, und das war sie, die Aussage von einem guten Freund von mir. Und aufgrund dieser Aussage hatte ich überlegt, ob ich dieses Review überhaupt drehen sollte und ob ich es vor der Messe drehen sollte und wie ich das Ganze aufziehe. Und dann habe ich mir überlegt, bin ja nicht blöd, ich mache einfach eine Umfrage und hoffe, dass ich aus der Nummer rauskomme. Hat irgendwie nicht geklappt. Okay, naja, dann machen wir halt das Review noch vor der Messe in Essen, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Denn es gibt auf jeden Fall hier ein gewisses Für und auch ein krasses Wider. Und ich will, dass ihr da draußen den genau richtigen Eindruck von dem Spiel bekommt, damit die richtigen Personen zum richtigen Spiel greifen. Aber erstmal schön der Reihe nach. Das Paket wurde wie gewohnt geliefert. Ich natürlich direkt rein, Paket auseinandergefetzt und mal reinschauen. Und was soll ich sagen? Die Packung hat Soft-Touch. Wie auf richtig geilen Visitenkarten Soft-Touch. Naja, ich die Packung ausgepackt und direkt begeistert vom richtig geilen Spielmaterial. Die Optik ist einfach wunderschön, die Figuren sind super und ein Insert gibt es auch noch oben drauf. Dem nächsten logischen Schritt folgend war jetzt natürlich die Anleitung dran. Ich mich direkt reingeworfen und losgelesen. War auch direkt so motiviert, hab mich vor der riesen Wall of Text auf nahezu jeder Seite überhaupt nicht aufhalten lassen. Bin alles Stück für Stück im Kopf nochmal durchgegangen. Und wie ich so das erste Mal durch bin und einfach feststelle, dass ich fast gar nichts gerallert hab von der Anleitung, dachte ich mir, na gut, dann lese ich sie halt nochmal. Und auch nach dem zweiten Mal gab es immer noch Textstellen, die ich selbst aus unterschiedlichen Blickwinkeln nicht nachvollziehen konnte. Also dachte ich, naja, probieren wir das Spiel erstmal. Vielleicht ist es einfach zu neu vom Prinzip her, dass ich es noch nicht so richtig gut nachvollziehen kann. Habe ich meiner Frau direkt die Regeln erklärt und habe beim Erklären schon gemerkt, so komplex ist es eigentlich gar nicht. So viele verschiedene Möglichkeiten hast du gar nicht. Und deswegen werde ich euch jetzt hier erstmal einen ganz fixen Abriss der Regeln geben. Dafür nehmen wir ein bisschen das Tempo aus dem Video. Aber wenn es dich interessiert, dann schaust dir an. Ansonsten skipp einfach direkt weiter. Aber dann weißt du ja gar nicht, was man in dem Spiel macht. Eigentlich ist es gar nicht so viel. Ihr habt in eurem Zug zwei Hauptaktionen. Und da fragt man sich dann am Ende schon, warum keiner weiß, was er machen soll, kann. Weil so komplex ist das Ganze eigentlich überhaupt nicht. Euer primäres Ziel ist es auf jeden Fall, die Bäume in der Mitte zu fällen. Oder hier am Rand steht auch noch einer, der Außenseiter. Da wollt ihr hin. Dann müsst ihr verschiedene Bedingungen erfüllen, damit ihr die Möglichkeit habt, eben diesen Baum zu fällen. Um diese Möglichkeiten zu erlangen, sind die sogenannten Erkenntnismarker, Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Die wollt ihr haben. Die könnt ihr auf solchen Feldern erhalten. Die könnt ihr bekommen, wenn ihr drauflauft. Und diese Erkenntnismarker haben die vier Grundsymbole der Stämme unter sich. Und ihr braucht diese dann halt, wenn ihr so einen Baum umdreht. Für diesen braucht ihr zum Beispiel die Wikinger-Symbole, damit ihr die Chance habt, eben diesen Baum zu fällen. Ihr braucht aber auch die der anderen Fraktionen. Denn auf verschiedenen Ereigniskarten von eurer Fraktion können Symbole drauf sein, die euch dazu bringen, dann eben von anderen Fraktionen welche aufzudecken, um diese nutzen zu können. Kleines Beispiel. Die beiden Hauptaktionen, die ihr überhaupt in diesem Spiel machen könnt, ist, in der ersten Hauptaktion dürftet ihr eure Einheiten bewegen. Dazu könnt ihr immer in angrenzende Gebiete laufen und müsst dabei beachten, was hat das aktuelle Feld für eine Raus-Geh-Bedingung. Oh, Entschuldigung, Baum. Was hat das nächste Feld für eine Reingeh-Bedingung? Denn da liegt schon die Krux. Ihr könnt nicht einfach so laufen, wie ihr wollt. Ihr müsst hier beim Laufen verschiedene Bedingungen erfüllen. Denn das ist ja unwegsames Gelände hier. Und da muss man schon gucken, es können halt nicht mehr als zwei Leute zum Beispiel aus deinem Lager rausgehen. Und ins Bergland können gleichzeitig nicht mehr als zwei Leute reingehen. Das klingt im ersten Moment erstmal sehr schlüssig. Aber es gibt unterschiedlichste Felder mit unterschiedlichen Bedingungen. Und da kann es schon mal dazu kommen, dass ihr eine Bewegung nicht ausführen könnt. Die zweite Aktion ist Ermächtigen. Dafür dürftet ihr von eurem Entwicklungsstapel die obersten zwei Karten umdrehen. Ihr sucht euch eine davon aus, könnt ihre Bonusbedingung erfüllen und legt diese auf euren Ablagestapel und die andere wieder auf den Entwicklungsstapel. So könnt ihr euch in dem Spiel weiterentwickeln. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit, Handkarten zu spielen. Dafür müsst ihr, wie eingangs erwähnt, die Kosten decken können. Die Kosten werden immer in Erkenntnismarkern bezahlt. Diese gibt es in Form von, ich werfe sie komplett ab oder ich decke sie auf und das Symbol muss matchen. Kommen wir schon zur zweiten Hauptaktion, die ihr in einem Zug machen könnt. Ihr könnt planen. Dabei nehmt ihr einfach euren kompletten Ablagestapel auf eure Hand. Oder ihr könnt erneut Ermächtigen. Das, was ich euch eben schon gezeigt habe, womit ihr euch weiterentwickeln könnt. Und ihr könnt noch eine Karte ausspielen. Das ist es eigentlich auch schon. Sollten sich jetzt zwei Fraktionen begegnen, kommt es zum Kampf. Dabei werden alle Einheitenmarker umgedreht, denn darunter liegt die Überraschung. Ihr kennt natürlich eure Einheiten, aber ihr wisst nicht, mit welchen der Gegner um die Ecke kommt. Jede dieser Einheiten besitzt Verhaltenskarten. Und eben die aktuellen Verhaltenskarten zu den jeweiligen Einheiten werden jetzt aufgedeckt. Und dann kommt es zur Begegnung. Ich sage bewusst Begegnung, weil hier in dem Spiel wird an sich nicht von Kämpfen gesprochen. Denn es werden hier keine Einheiten getötet. Jetzt wird einfach nur noch verglichen, wer ist der aktuelle Spieler, wer hat die höhere Initiative, wer hat die niedrigere Initiative, wer ist zuerst dran. Das Ganze könnt ihr noch mit Erkenntnismarkern verbessern oder pushen, sozusagen. Und dann wird einfach geguckt, welcher Effekt wird zuerst ausgeführt, welcher Effekt wird danach ausgeführt. Und da kann es eigentlich nur dazu kommen, dass entweder ihr euch bewegt, die Gegner müssen sich bewegen, ihr beendet die Begegnung oder eine Einheit wird vertrieben. Vertrieben bedeutet in dem Fall einfach nur, dass ihr eine Einheit nehmt und diese außerhalb des Feldes platziert. Dieser hat dann zu Beginn eurer nächsten Runde die Chance, wieder in euer Lager reinzukommen und wird dann wieder verdeckt, damit der Gegner nicht weiß, um welche Einheit es sich handelt. So, wir durch mit dem Regeln erklären und haben gedacht, naja gut, dann kann es ja jetzt losgehen. Ich fange an. Ja, keine Ahnung, was ich machen soll. Keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Keine Ahnung, was ich einsammeln soll. Keine Ahnung, was so richtig mein Ziel ist. Ja, es gibt eine Art Empfehlung oder Tipps. Da steht drauf, versucht dem zu folgen, was eurem Pfellen des Baumes hilft oder eben dem Segnen oder Vergiften des Baumes. Aber, I don't know. Noch nie habe ich auf ein Spiel so unorientiert drauf geguckt und wusste nicht, was ich tun soll. Also, gibt es eine Karte, dein erster Zug. Haben wir gemacht. Hab ich gemacht, hat sie gemacht. Dann kommt der zweite Zug. Ja, und so hat sich vom Prinzip her fast die komplette erste Runde angefühlt, bis man endlich so ein Stück weit in dieses Spiel reingekommen ist, dass man eine Grundvorstellung davon hat. Was soll ich denn hier überhaupt? Warum sammle ich diese Marken? Warum soll ich verschiedene Marken sammeln? Und wo geht die Reise hin? Und da gehen wir einfach mal direkt auf die Sachen ein, die die Einstiegshürde extrem hochsetzen. Das größte Problem an dem Spiel auf jeden Fall ist, dass der Designer anscheinend ein absoluter Textliebhaber war, denn dieses Spiel ist sowas von voll mit Text. Das passt auf kaum ein Playerboard. Die Karten. Ich weiß nicht, warum man die Karten so unendlich voll mit Text stopft. Ich blätter das hier einfach mal beim Quatschen durch, damit ihr mal sehen könnt, was auf diesen Karten draufsteht. Und ich hab's schon ewig nicht mehr in einem Spiel gehabt, dass ich meine Handkarten quasi durchgeblättert habe. Und als ich bei der letzten Karte ankam, fing ich wieder von vorne an, weil ich schon total vergessen hatte, was auf den ersten drei Karten draufsteht. Der Mensch ist ein visuelles Tier. Visuell. Da fehlen Bilder. Bilder. Du kannst mir ein Magic Deck geben. Oder ein Alter Deck, wo wir hier mal aktuell bleiben wollen. Denn das mit dem Deck spiele ich einmal. Und danach kann ich dir sagen, was jede einzelne Karte macht. Ohne, dass ich sie noch dreimal vor- und zurückblättern muss. Einfach nur. Ich hab ein großes Bild. Ich hab unten einen smarten Text. Vielleicht noch mit Icons, der dazu passt. Und dann kann man das im Kopf viel, viel besser sortieren, als neun Karten auf der Hand zu haben, die eine übelste Wall of Text haben, wo alles, woran man sich orientieren kann, die Überschrift ist, die man sich eigentlich eh nicht durchliest. Und ja. Ich hab meine Karte improved. So könnte zum Beispiel das aussehen, wenn man die Karte einfach nochmal streamlinen lässt. Und Streamline ist in dem Fall hier ein ganz großes Thema. Ich glaube, man hätte so viel mehr Einsteigerfreundlichkeit rausholen können und es so viel besser machen können, ohne dass das Spielgefühl verloren geht. Einfach indem man da nochmal einen Profi drüber bügeln lässt. Ein ION O'Toole hat es vielleicht an ein, zwei Stellen mittlerweile schon mal übertrieben, wenn es dann fünf Blätter gibt, wo nur die Icons erklärt werden. Aber im Großen und Ganzen macht der Spiele einfach so viel Einsteiger freundlicher, dass am Ende nicht mein Kumpel da sitzt und sagt, ich fand's richtig kacke. Der hat sich nämlich gesagt, warum soll ich mir das nochmal geben? Du hast den ganzen Schrank oben voll mit Spielen. Und bei dem hier, ich raffe einfach nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung. Er hat die Druiden gespielt. Ich glaube, die sind für den Einstieg auch etwas schwierig. Aber das war für ihn schon der Grund zu sagen, nee, dann spielen wir halt was anderes. Du hast genug andere Spiele im Schrank. Kommen wir jetzt aber trotzdem dazu, warum dieses Spiel bei meiner Frau und mir schon das dritte Mal auf dem Tisch gelandet ist. Denn jetzt wird's interessant. Das Thema Leidenschaft. Ihr spürt's in diesem Spiel quasi an jeder Ecke. Bist ein Idiot. Die Karte sieht wunderschön gestaltet aus. Die Figuren, das macht alles richtig was her. Und das Gesamtbild erzeugt eine richtig tolle Immersion zusammen mit der Story. Und ihr habt einfach Bock da einzutauchen und eben dieses Spiel zu spielen, kennenzulernen und zu erleben. Ihr habt vier asymmetrische Fraktionen, die im ersten Moment erst mal so scheinen, als wären sie komplett unterschiedlich. Wenn man dann aber zwei, drei der Fraktionen mal gespielt hat, stellt man fest, naja, also sie sind in einigen Spuren unterschiedlich. Sie verfolgen ein bisschen unterschiedliche Ziele. Aber ganz so krass ist es dann doch nicht. Das kann man ein bisschen enttäuschend finden. Das kann man aber auch als angleichend empfinden, wo man sagt, dann ist es wenigstens nicht ganz so kompliziert, wenn ich denn eben auch mal durchwechsel. Meine Frau und ich hatten auf jeden Fall nach der zweiten Runde, also so ab Hälfte der zweiten Runde, so langsam einen Fahrplan im Kopf und wussten jetzt, ah, okay, so kann ich mich hier ausbreiten. Da kriege ich die Erkenntnismarker her. Dafür muss ich sie benutzen. Und so wurde man immer besser und auch zügiger in seinen Zügen. Die Downtime ist deutlich runtergegangen. Und man merkt dann auch einfach, wie viel das Spiel anders macht als andere Spiele. Und genau das macht es unter anderem auch spannend, muss man an dieser Stelle mal ganz klar erwähnen. Es gibt keine Kämpfe nach dem Standardprinzip, sondern durch dieses Aufdecken habt ihr immer wieder so ein bisschen die Spannung, okay, was hat der andere jetzt da drinne? Was macht er? Was ist seine... Also versucht er mich zu vertreiben? Versucht er mich irgendwo anders hinzuschieben? Und umso öfter man das Spiel spielt, desto mehr taktische Tiefe erkennt man tatsächlich auch in dem Spiel und merkt, boah, fürs nächste Mal kann ich das ja so machen. Kleines Beispiel, die Wikinger haben einen Raben. Den nutzen sie zur Erkundung. Damit kann man in hintere gegnerische Gebiete reinfliegen, holt sich die Erkundungsmarker und erkundet diese Gebiete. Das heißt, man kann sich später, wenn man mit einer anderen Einheit einen Rückzug macht, in ein erkundetes Gebiet nur da reingehen, wenn man die vorher auch wirklich mit dem Raben erkundet hat. Das versteht man erst, wenn man das Spiel mehrfach gespielt hat. Man kann dem Raben auch eine Karte als... Also wenn er ein richtiges Verhalten hat, dann stelle ich ihn einfach direkt vor die Gegner. Und wenn die mich angreifen, dann darf ich mit dem Raben einfach wegfliegen und fliege ins nächste Gebiet und erkunde das auch noch. Und werde dadurch deutlich schneller und sammle mehrere Sachen ein. Das sind alles so Kleinigkeiten, die einem auffallen, wenn man das Spiel wieder und wieder spielt, wie viel mehr an taktischer Tiefe da eigentlich drinsteckt. Aber man muss halt eben Lust haben, um diese taktische Tiefe auch zu entdecken, quasi zu erforschen. Es macht unter anderem auch Spaß, den Gegner in eine Enge zu treiben, in ein Gebiet reinzutreiben, in dem ich dann auf ihn draufgehe, um ihn anzugreifen, also anzugreifen und zu vertreiben. Und wenn er beim Gehen die Gebietsbedingungen nicht erfüllen kann, sondern zum Beispiel, es müssen mindestens zwei Einheiten rausgehen, wenn Einheiten rausgehen, und er hat nur eine Einheit da, dann wird die automatisch vertrieben. Also auch hier der Area-Control-Aspekt ist deutlich größer, als er im ersten Moment scheint. Kommen wir an dieser Stelle zu meinem Fazit zu dem Spiel. Dieses Spiel ist unglaublich einsteigerunfreundlich. Die Anleitung ist teilweise viel zu kompliziert geschrieben. Es sind zu wenig Beispiele drin. Die Sachen erschließen sich einem nicht. Die Karten sind echt ein Pain in sie. Weil man sie sich absolut nicht merken kann, selbst nach mehreren Partien hat man immer noch Probleme zu erfassen, was da draufsteht. Und gerade wenn du deine erste Partie spielst, du hast einfach null Plan, was du machen sollst, wie du es machen sollst, wie du es anstellen sollst. Aber, und das ist das Wichtigste, es macht vieles anders, es macht vieles interessant, es sieht dabei wunderschön aus, es ist extrem immersiv, und meine Frau und ich haben jetzt schon drei Runden gespielt, haben beide definitiv Bock auf die vierte Partie. Es fühlt sich zu zweit sogar fast so ein kleines bisschen wie Schach an, nur dass du nicht weißt, was der Gegner unter seiner Einheit hat. Das gibt dem Ganzen nochmal so eine gewisse Extraspannung, die dazu kommt. Und wenn du dann halt wirklich eine Vorstellung davon hast, was kann deine Fraktion, wenn du sie mehrmals gespielt hast, ergeben sich so viele taktische Möglichkeiten, dass man tatsächlich sagen muss, in Dragondale schlummert, glaube ich, ein kleines Schätzchen. Und das Spiel wird jetzt bei einem Release 70 Euro kosten. Und dafür ist das ein echter Schnapper. Das kann man nicht anders sagen. Also, das Spiel wird quasi rausgeworfen. Mir ist in diesem Fazit nur wichtig, dass du da draußen verstehst, das ist kein Einsteigerspiel. Wenn du das jetzt im Vorbeigehen mitnimmst und denkst du, wow, ich habe schon ein Spiel des Lebens gespielt, das sieht ja schön aus, das gucke ich mir an. Nein, du wirst an dem Spiel scheitern. Du wirst keinen Spaß daran haben und wirst es vermutlich schnell wieder verkaufen. Und so löst sich für mich am Ende das Creators Dilemma auch so ein bisschen auf, weil ich einfach möchte, dass die richtigen Leute dieses Spiel kaufen, damit es gute Bewertungen bekommt. Vielleicht, damit es noch eine zweite Kampagne gibt, wo Sachen überarbeitet werden, wo Sachen vereinfacht werden, wo man sich von festen Mustern einfach löst und sagt, ja, stimmt, das kann man einsteigerfreundlicher machen. Zum Beispiel wäre es ja auch viel einsteigerfreundlicher, wenn irgendjemand dazu ein Erklärvideo machen würde. Ein ordentliches im Studio, ohne ständige Hell-Dunkel-Wechsel. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt das doch einfach mal in die Kommentare, dann nehmen wir mal ein Erklärvideo dazu auf. Das würde euch deutlich helfen, denn ich würde auch einbauen, wie solltet ihr wirklich anfangen, was solltet ihr euch angucken, damit ihr einfach einen guten Gameflow reinbekommt. Und wenn ihr den drin habt, wenn ihr dem Spiel wirklich drei, vier Runden Zeit gebt, dass ihr sagt, ja, ich hab da Bock drauf, ich will da reinkommen und ihr sitzt mit erfahrenen Spielern am Tisch und am besten öfter die gleichen, dann habt ihr mit Dragondale, glaube ich, ein richtig gutes Spiel, das euch auf lange Zeit motivieren kann. Ich hoffe, ich konnte euch trotz des extremst kritischen Einstiegs ein richtig gutes Bild davon verschaffen, warum ihr dieses Video definitiv gucken solltet, bevor ihr einfach blind links zugreift bei dem Preis von 70 Euro. Wenn ihr denkt, das könnte was für euch sein und es gefällt euch, dann tut das. Dann lasst eine gute Bewertung für das Spiel da, gebt uns eine gute Bewertung, lasst uns ein Abo da, damit ihr kein weiteres Video verpasst und schaut doch einfach mal in unsere Messetipps-Videos rein. Wenn ihr das Dragondale-Video gerade gesehen habt, dann könnt ihr euch ja auch noch die Tipps zur Spiel 2024 angucken. Wenn die Spiel 2024 einfach schon ewig zurückliegt und ihr das Video erst jetzt seht, dann guckt euch doch vielleicht das Erklärvideo an. Vielleicht habe ich das schon rausgebracht. Haha, dann könnt ihr da jetzt drauf klicken. Ansonsten wünsche ich euch allen eine schöne Messe und schönes Spielen. Bis dann. Ciao.